der barmeisterwagen aus einem kv 12 aufbau fehlt motor fehlt getriebe ist vorhanden scheiben bremsen sind vorhanden zwei stück hinten auch da ist die scheibenbremse hinten die nummer steht am getriebe ich werde mal ein bisschen weiter sieht man die nummer ein bisschen verwackelungsfrei dieser bahnmeisterwagen kommt aus stämmen von den werben der eisenbahn freundin jetzt geht es auf die strecke der neuen kirchener drasinbahn in diese fahrtrichtung bis nach b71 bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Weiß hier still. Weiß hier. 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 Weiß hier.